Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution. Wir sind bei Yu-Gi-Oh! 5D schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Nicht sehr weit, aber ja, so passt das an sich schon. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte gerade. Wir sind schon etwas weiter fortgeschritten, ja, und fertig. Beim letzten Mal haben wir auf jeden Fall ein bisschen Probleme mit Leo gehabt. Das haben wir dann aber nach dem dritten Duell auch geschafft mit Gregor hier. Jetzt anscheinend wieder Yusei Fudo. Wie gesagt, lass mich bitte in den Kommentaren wissen. Ich sage es jede Folge jetzt, weil ich die gerade dreimal ein Stück aufnehme. Falls ihr wissen wollt, wie die Story läuft und sonstiges, weil ich, ich sage es jetzt auch noch mal zum dritten Mal, glaube ich, ich kenne mich hier überhaupt nicht aus mit den ganzen Karten und ich wusste, ich habe den Anime auch gar nicht gesehen. Deswegen kenne ich das wahrscheinlich auch alles nicht. Aber ich konnte mich ein bisschen reinfuchsen in den Synchromonstern und wie was geht mit der Synchronisation. Und die Karten sind mir auch schon ein bisschen hergebracht worden durch die ganzen Kämpfe mit Yusei Fudo und Co. Ich glaube, nach und nach wird es auch ein bisschen schwieriger, man hat das letzte Mal auch schon gemerkt. Wir starten jetzt wieder rein mit Yusei Fudo und Zendek. Das lag mir eigentlich bisher immer ganz gut. Die Feinkarte ist nicht verkehrt. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn erstmal hier für Synchronmonster? Ein Empfänger, ein Nicht-Empfänger-Monster mit 8 Sternen, ein Nitrosynchron und ein oder mehr Nicht-Empfänger mit 7 und einer mit 5 Sternen. Das heißt, wenn sie Karte, du kannst ein Monster der Schuhe 2 nicht an der Friedhof wählen, okay. Einmal auch Battlefall, weil sie gerade den Spielzug als Nürnbergbeschwung wurde. Du kannst ihre Angst, ja, das können wir doch erstmal machen. Wobei, naja, dann werden wir beide zerstört. Du kannst ein Monster von deiner Hand auf den Friedhof legen und dann ein Zombie-Monster-Schule 4 oder Niddy an einem beliebigen Friedhof, beschwöre das gewählt der Ziel als Spezialbeschwörung. Diesen Monster muss aufhören in den Spielfeld liegen, okay. Das ist auch so, Monster hält dran an, für jedes Monster sein Gegner kontrolliert. Falls es durch Kampf zerstört würde, kannst du stattdessen diese Karte zerstören. Es ist doch erstmal für den Anfang kein schlechter Zug, den Tempo-Krieger zu ziehen. Dann mit Kampf, oh, warte mal. Du kannst diese Karte als Tribut anbieten, indem du ein Monster-Krieger als Tribut anbietest. Dann werden wir 900 plus bekommen, das macht sogar mehr Sinn. Jetzt kriegen wir 900 plus, haben 2100. Wir werden das noch mit, ja, natürlich, mit Kampfgeist wollte ich das gerade noch spielen, aber okay, ist nicht so schlimm. Nächsten Zug können wir Gerümpelsynchronisierer spielen und dann haben wir schon mal unser erstes Synchro-Monster. Ja, ja, jetzt macht er auch Ruf der Gejaggen, auch nicht schlecht. Das ist ein guter erster Zug an sich, Totenkopf-Rieber. Seuchenwolf. Okay, okay. Aber wir können jetzt unsere Feindkarte spielen. Zack, und sie wird wieder umgedreht. Ich würde aber gleich als erstes mit schwarzes Loch gehen, weil er hat eh keine Karten mehr auf der Hand. Und das heißt dann für mich, erstmal schwarzes Loch. Erstmal aufräumen. Er kann eh nichts machen, so gesehen. Oder ich weiß nicht, ob er was vom Friedhof aus machen kann. Das kann natürlich sein. Spielen wir Gerümpelsynchronisierer. Wir beschwören das Stufe-2-Monster. Genau, Tempo-Krieger. In Angriffsmodus. Und wir holen unser erstes Synchro-Monster auf dem Feld. Den Gerümpelkrieger. Zack und zack. Wer es nicht weiß, man muss immer zwei Sterne. Also wenn jetzt der Gerümpelkrieger hat fünf Sterne, wie ihr seht. Es steht da, ich kann es leider jetzt nicht mit einem Player zeigen. Wir machen es in der Monster-Kartenzone. Wenn ihr jetzt ganz da links guckt, über die 2300 Angriff steht dann fünf Sterne. Also mussten wir dementsprechend drei Sterne opfern und zwei Sterne opfern. Damit es am Ende fünf, also drei plus zwei ist fünf. Macht Sinn. Und das hier ist dann ein Empfängermonster. Das steht auch so im Kartentext. Das ist ein Nicht-Empfängermonster, weil es halt kein Empfängermonster ist im Prinzip. Ich glaube, die kennzeichnet sich auch durch diese gelbe Farbe bei den Sternen. Und durch die nicht gelbe Farbe dann so gesehen. Ich weiß, ich könnte jetzt auch mal ein anderes Monster spielen. Oder als Spezialbeschwörung spielen, damit er dementsprechend die Grundartikel bekommt. Das heißt, der Geschützturmkrieger hätte dann 2300 plus 1200. Das heißt, vielleicht hätte ich es auch machen sollen. Ich weiß es ja nicht. Das heißt, er hätte dann, könnt ihr einfach mal, komm, wir machen es einfach, oder? Hier, zack. Jetzt kriegt er 2300 noch dazu. Guck mal hier, zack. Geschützturmkrieger, Geschützturmkrieger 3500. Wir setzen den Tempokrieger noch mit rein. Und dann haben wir das Duell... Ne, noch nicht gewonnen. Können aber jetzt den Effekt wieder nehmen. Hat er 1800. Zack, zack. Greifen an. 1800 und 3500. Und Hunter Pace hat nur noch 400 Lebenspunkte. So einfach ist das auch manchmal. Wir haben auch sogar noch unsere Fallenkarze, die uns dafür schützen würde, ein Monster von uns auf den Friedhof schicken zu lassen. Und das war es dann auch schon. Wir greifen einfach direkt an. Und ja, haben unser erstes Match gewonnen in dieser Folge gegen Hunter Pace. Das ging relativ schnell. User-Foodo-Stack finde ich auch geil. Ah, jetzt wahrscheinlich User-Foodo gegen diesen Greger oder der haben wir letztes Mal gehabt, das Deck. Ich weiß gar nicht mehr, was das war, worauf wir da aufpassen müssten. Wenn man sich das mal merken würde, ne? Wenn man sich das mal merken würde. Aber mein Gehirn ist dafür leider nicht zulässig. Zu viel unsütztes Wissen noch mit drin. Das ist das Problem. Hier sehe ich gerade noch Pesto auf dem Tisch. Ich weiß nicht, wer das gegessen hat, aber ist auf jeden Fall noch da. So. Erste Hand, okay. Synchronabfänger dazu. Die mystische Tomate. Aus dem Monster hat 300 Antikafi das Monster sein Gegner kontrolliert. Okay, okay. Geschütztturmkrieger könnten wir natürlich. Ah, es ist ärgerlich. Ich rüste nur ein Monster, das der Gegner holt mir dieser Karte aus. Über die Kontrolle aus dem Monster werden jeder Standby-Phase des Gegners. Wir können als erstes auch, wir gehen mal mit Schnappstahl rein. Klauen uns dann das Monster. Müssen natürlich, wenn wir das jetzt weiter behalten sollten, immer wieder 1000 Lebenspunkte. Oder beziehungsweise er kriegt ja nochmal 1000 Lebenspunkte dazu. Aber meine Idee war das eigentlich nur zu gucken, ob da eine Fallenkarte liegt. Um dann eigentlich hier den Geschütztturmkrieger zu setzen. Aber, okay. Ach, das ist ja kein Krieger. Das habe ich gerade vergessen, ey, ich Idiot. Aber na gut. Ich würde sagen, wir spielen mit dem Grümpel. Fügelein hat einen Synchron-Empfänger. Das Außenmonster hält 300 Antikafi das Monster sein Gegner kontrolliert. Wir können natürlich einen Synchron-Empfänger spielen. Wir könnten auch Grümpel-Synchronisierer spielen, aber den brauchen wir eigentlich. Das Außenmonster erhält 300 Antikafi das Monster sein Gegner kontrolliert. Fügelein hat einen Synchron-Empfänger. Wir holen das erstmal einen Synchron-Empfänger. Äh, Nitrosynchron. Bohr-Synchron. Okay. Fatsache, man soll integrieren, das kommt jetzt ein Monster. Wir holen das Nitrosynchron. Synchron. Warum Synchron? Synchron, Freunde. Und beenden erstmal Bitches wie Servo. Ja, wir beenden erstmal unseren Zug. Benden erstmal unseren Zug. Wir müssen Traumate, wir können ja gleich der Monster nochmal beschwören. Und danach gucken wir mal, was in unser Synchron-Monster, was unsere Synchron-Monster da so alles, oder was für Synchron-Monster wir beschwören könnten. So. Dann haben wir jetzt einen Nitrosynchron und einen Grümpel-Synchronisierer. Wir haben einmal einen Empfänger und einen Nicht-Empfänger-Monster mit 8 Sternen. Dann haben wir einen Nitrosynchron, wo wir sieben Sterne brauchen. Und wir haben einen mit fünf Sternen, wie gehabt. Und, ah, okay. Ein Empfänger, ein oder mehr Nicht-Empfänger, Monster, einmal pro Spielzug. Also eins mit vier sogar nur. Okay, okay, okay. Aber ich würde sagen, wir spielen... Naja, das macht keinen Sinn. Ruft der Gejagten, macht auch keinen Sinn. Geschützturmkrieger. Ich würde mit... Das wird 300 nur dazubekommen. Da 1300, ne? Ich nehme trotzdem einen Grümpelsynchronisierer, um dann Geschützturmkrieger zu beschwören. Ah, wir haben... Oh, okay. Das habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Das wird Turbo Booster. Der war doch bei denen, oder? Naja, egal. Wir können jetzt... Sternenstaubdrache beschwören. Da wir insgesamt acht Sterne... ...von Monstern auf dem Feld liegen hatten. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was den Effekt der hat. Ich wollte ihn einfach nur beschwören. Gucken wir mal. Ah, da gibt es natürlich auch einen Effekt. Da gibt es natürlich auch eine schöne Animation. Das sieht schon geil aus, das Viech. Muss man sagen. Das ist schon ein wildes Viech. So, jetzt lasst du mal eben lesen. Wenn eine Karte oder ein Effekt aktiviert wird, die oder der ein oder mehr Karten auf dem Spielfeld zerstört würde. Schnell Effekt. Du kannst diese Karte als Tribut anbieten. Annulliere die Aktivierung. Falls du dies tust, zerstöre sie. Während der Endphase, falls dieser Effekt in diesem Spielzug aktiviert wird, wurde... ...du kannst diese Karte als Spezialbeschreibung von deinem Friedhof beschwören. Das heißt, man kann das machen. Das ist ja absolut fies. Aber okay. Wir rüsten erstmal das hier aus. Und holen uns dann noch Ruftögerjaken. Um dann einfach mal das Monster an Verteidigungsposition anzugreifen. Nein! Einfach Sprengkugel. Ach, hör auf. Die Karte oder der Effekt aktiviert wird, die oder der ein oder mehr Karten. Okay, dann könnte ich das aber gleich aktivieren. Also wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich dann gleich... Die Karte würde zerstört werden. Durch Sprengkugel. Ich könnte jetzt nur Ruftögerjaken spielen. Macht jetzt aber keinen Sinn. Dann könnte ich ja leicht den Effekt spielen. Ruftögerjaken. Dann mystische Tomate wieder am Start. Und ja. So. Ich möchte aber auch einmal Ruftögerjaken spielen. Um den Gerümpelsynchronisierer zu holen. Weil dann können wir gleich wieder dasselbe Monster holen. Komm, wir jetzt machen die Sprengkugel. Wir wollen den Effekt aktivieren. Ja. Zack. Die geht zum Friedhof. Zack. Ist annulliert. Aber dann müssen die ja gleich wiederkommen, ne. Geschützturmkrieger natürlich. Nichts synchron. Ähm. Was wollte ich jetzt mal machen? Ruftögerjaken. Wir könnten den spielen. Eisenschrottvogelscheu. Ich bin der Monster des Gegners. Ähm. Was hatte ich jetzt nochmal einen Kopf? Ich hatte im Kopf eigentlich einen Nitrosynchron zu spielen. Um dann den hier zu spielen. Ah. Fuck. Okay. Reicht das dann aber? Habe ich da einen mit sieben Sternen? Ich vergesse mal, dass ich da nur Krieger. Das ist wieder, weil ich nicht richtig lese. Aber okay. Das würde reichen. Wen könnten wir dann beschwören? Der hätte... Ne. Doch. Sieben, ne. Den hier. Einmal während jedes deiner Spielzuge, falls du eine Zauberkarte aktiviert, erhält diese Karte während des nächsten Angst in diesem Spielzug, an dem diese Karte beteiligt ist. Nicht nur, während der Schadensbrechner tausend angreifen. Falls die angreifen eine Karte, ein Monster des Gegners durch den Kampf zerstört, nach der Schadensbrechner du kannst ein Monster in offener Verteidigungsgesetze werden, das er gerne kontrolliert, änderst die Beziehung an das Position, das kann diese Karte, das Monster so ein, zwei, zwei, dann kann diese Karte das Monster, wow. Wow, wow. Nicht schlecht. Aber wir beschwören es natürlich. Zack und zack. So. Haben wir einen Nitro-Krieger auf dem Feld. Zack, zack. Machen wir da halt da rein. Hatte ich jetzt nicht vor, aber okay. Ich kann eine Karte ziehen. Wir haben einen Stachelschrauben, Igel. Wir holen jetzt noch einen Synchronmonster, und zwar den Gerüb-Pilz-Synchronisierer, weil wir dann wieder vom Friedhof ein Monster so gesehen beschwören können in der nächsten Runde. Wir zerstören diesmal die mystische Tomate ruhig. 2400, ist okay. Kann er jetzt noch einen Monster, ist okay. Und wir beenden unseren Zug. Dann können wir gleich wieder das nächste Monster. Ja, natürlich wollen wir das. An der Angus-Position. Genau da haben wir. Ey, was ist schon ein geiler Zug, oder? Einmal müsst ihr mich doch mal loben, ey, in den Kommentaren. Sonst habe ich immer nur, wobei ich es in letzter Zeit nachgelassen habe, aber eine Zeit lang war ich echt, muss ich auch zugeben, war auch echt kacke, was ich da manchmal gemacht habe. Überhaupt nicht gelesen. Aber ich will mich jetzt gar nicht zu hoch im Himmel loben hier, weil ich habe immer noch einige Fehler, einige Fehler, die mir passieren. Was haben wir denn hier? Diese Karte kann als Monsterschufe 2 behandelt werden, wenn sie für eine Synchro-Beschwörung verwendet wird. Geil. Wenn wir jetzt den Grümpel-Synchronisierer spielen, gucken wir mal. Also wir hätten dann Nitro-Synchron nicht, da bräuchten wir ein Monster mit zwei Sterne. Oder ein Monster, na gut, das können wir auch so spielen dann, ne? Sollen wir sie können, okay, wir könnten, was bringt die? Das will ich auch mal wissen. Einmal spielst du, kannst du ein Monster auf dem Spielfeld wählen, rüste das gewählte Ziel mit dieser Karte aus oder diese Karte ausklinken und als Spezialbeschwörung in die Angrufsposition beschwören. Solange das gewählte Ziel durch diesen Effekt ausgerüstet ist, hält es 1000 Angriff. Falls das gewählte Ziel ein Monster durch Kampf zerstört und auf den Friedhof legt, füge dein Gegner Schaden in Höhe der Angriff des zerstörten Monsters im Friedhof zu. Ich werde aber trotzdem den Grümpelkrieger dann holen. Erstmal das natürlich, wollen wir das aktivieren. Dann brauchen wir ein Zwei-Sterne-Monster. Ah, fuck, das reicht nicht. Kacke. Kacke, kacke. Wir haben ja kein Zwei-Sterne-Monster im Friedhof. Da habe ich nicht dran gedacht. Aber trotzdem könnten wir doch jetzt theoretisch genau den, äh, ja. Das beschwören. Das habe ich auch im Kopf noch. Hat er vier Sterne. Jetzt können wir natürlich den Effekt aktivieren. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen die Karte so liegen lassen. Nein, den Effekt nicht. Wir machen einen normalen Angriff. Zerstören dieses Monster mal. Ja, das war ja klar, ey. Rein da. Und das 2800er rein. Oh nein, nicht schon wieder die Springkugel, ey. Fuck. Aber könnten wir da... Die oder der Karten... Okay, dann könnten wir den Effekt trotzdem wieder aktivieren. Das ist, das ist gut. Also den kann man auch random auf jedes andere Monster aktivieren, falls das zerstört werden würde. Sprengkugel schon wieder. Wow. Okay. Was hat er jetzt? 2006, sondern ein Fünster-Jagdbomber. Könnt ihr natürlich zerstören. Aber wir haben ja noch eine Fallenkarte, Freunde, ne? Nicht mit uns. Zack, zack. Hier. Echt? Ah, das ist eine eklige Fallenkarte, muss man auch dazu sagen. Aber ja, aus dem Nichts kam er wieder. Jetzt wird er das... Wir wollen natürlich den Effekt aktivieren. Na klar. Ab auf den Friedhof mit dir. Und dann sehen wir dich gleich wieder. Falls dein Monster natürlich kriegt, dass du konntest, ein Monster in Verteidigungsposition angreift, füge deinen Gegner durchschlagenden Schaden zu. Wir spielen erstmal den Bohr-Synchron in Verteidigungsposition. Und wir greifen dann... Ja, der Gegner kann in diesem Spielzug keine Angriffe. Danke. Ja, wir wollen den Strachen natürlich wiederholen. Zack, zack. Aber es ist echt... Was für ein geiler Effekt von den Sternenstopp-Rachen. Kann aber auch absolut abfacken, wenn man dagegen spielt. Muss man dazu auch sagen. Ja, immer diese Animation, Alter. Die wird gleich nochmal kommen. Weil er mich gleich... Wobei, ne, wir haben Eisenschrott-Vogelscheuche. Greif mal an. Natürlich die Eisenschrott-Vogelscheuche. Ekelhaft zur Fallenkarte. Absolut ekelhaft. So. Da haben wir Bohr-Synchron. Haben wir Bohr-Synchron. Also wir haben drei... Fünf Sterne haben wir auch noch eins. Gut. Ne, das geht nur mal ein Gerümpel. Das geht nur mal ein Gerümpel-Synchronisierer sich gerade. Das heißt, wir können nur den beschwören. Das heißt, wir müssen das ein Sterne-Monster nehmen. Genau. Drehen dann den Bohr-Synchron. Und machen dann die nächste Spezialbeschwörung. Waffe aus der Waffenkammer. So. Haben wir das auch? Rein da. Was war das dann nochmal mit dem Effekt? Rüst das Gewirte-Ziel aus. Kann wieder eine Karte ziehen. Rüst das Gewirte-Ziel mit dieser Karte aus. Oder diese Karte ausklinkt man als Spezialbeschwörung. Solange das Gewirte-Ziel durch diesen Effekt ausgerüttet ist, erhält es 1000 Angriff. Wir können das ja einfach mal ausprobieren. Wir machen den Effekt. Rüsten den hier mit aus. Packen die da hin. Hat 2800. Dann greifen wir den an. Ja, natürlich. Okay. Aber er macht... Nein, 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 nein. Wir greifen mit den an und den. Und gute Nacht. Und greifen die Lebenspunkte direkt an. Und dann kommt Rufter, ja, natürlich. Jetzt holt er sich dem wieder. 2600. Kampf wiederholen. Nein. Wir spielen gar nichts mehr. Wir machen die Endphase, können natürlich Rufter, ja, noch spielen, aber was bringt mir das? Wobei, es hätte mir doch was gebracht. Wir drehen natürlich wieder unsere Liebniskarte um die Eisenschrott-Vogelscheuche, die absolut abfucker ist für Gregor. Oh, er beschwört noch ein anderes Monster. What the fuck? Das heißt nichts Gutes, meiner Meinung nach. Da müssen wir gleich mal gucken, was das Wort so bedeutet. Also Nitrosynchron spielen wir erstmal in der Verteidigungsposition. Und wir greifen mal erstmal vorsichtig hier mit dem an. Okay. Was hat das jetzt gebracht? Er wollte richtig einen auf. Er wollte, ach so, er wollte diese eine Karte beschwören, aber wenn er es noch eigentlich gar nicht bereit liegen hat alles. Gut. Im Prinzip hat er gesagt, hier, ich gebe auf. Haben wir geschafft. Wir haben gewonnen. Aber das nächste Duell, wir wollen auch vielleicht noch schnell einen Sieg schaffen. 17 Minuten sind gerade ungefähr beim Video. Wie gesagt, ich finde, also ihr könnt euch das gerne mal mir in den Kommentaren schreiben, wie ihr findet, wie ich mich in Anführungsstrichen entwickelt habe. Yu-Gi-Oh mäßig. Ich finde, ich mache das eigentlich mittlerweile gar nicht so verkehrt. Mittlerweile die Kombination hinter den ganzen Karten schaffe ich in Anführungsstrichen. Ich schaffe jetzt keine krassen Züge oder so, aber ich finde, an sich läuft das schon ganz gut. Ja. Oder? Was sagt ihr dazu? So. Gegen Akiza Isinski haben wir auch noch nicht. Die Karte kann halt zwei Tribute für die... Da müssen wir aufpassen, so. Fügel dann hat ein Kriegermonster der Schule. Vierer Niedler von Deck hin zu. Machen wir natürlich. Holen wir uns... Gerümpelkrieger macht halt immer Sinn, ne? Tempokrieger. Gerümpelkrieger holen wir uns. Macht immer Sinn. Dann können wir immer theoretisch von unserem Friedhof was holen. Du hältst keinen Kampfstand aus den Angriffen, an denen diese Karte beteiligt ist. Einmal wo schießt, du kannst diese Karte nicht durch Kampf zerstört werden. Okay. Hätten wir noch den Geschützturmkrieger. Fügel dann hat ein Synchromonster-Empfänger zu. Das machen wir auch. Wir holen uns Bohr-Synchron dann dazu. Was haben wir dann für Synchromonster eigentlich? Das will ich immer... ...wieder den Sternstaubdrache und diesmal den Gerümpelkrieger nur. Okay, wir brauchen 5 und 8. Ich würde dann erstmal gehen mit dem Festungskrieger und dann den Geschützturmkrieger. Festungskrieger setzen wir. Dann spielen wir den Geschützturmkrieger, um das vor uns liegende Monster anzugreifen. Wie heißt es? Um die Rosenhexe anzugreifen. Dann müssen wir erstmal eine stabile... War klar. War klar. Verteidigungsposition ist aber nicht schlimm. Falls diese Karte auf den Friedhof gelegt wird, beschwöre einen Tempokrieger als Spezialbeschwörung von deiner Hand, dein Deck oder dein Friedhof. Tempokrieger, okay. Tempokrieger. Ja, die Karte kann aber als 2 Tribute beschworen werden. Das heißt, irgendwas wird der da wohl... Oder auch nicht. Oh, da nicht. Gerümpelkrieger könnten wir spielen. Aktivisierte Karte nur während der Schadensberechnung und Spielzug eines Gegners. Der Kampfschaden, den du erhalten würdest, würde zu 0. Die hat 800, der hat 1300. Haben wir dann... Ja gut, das ist nicht so verkehrt. Wir spielen den Gerümpelkrieger. Holen uns dann natürlich wieder das Monster mit 2 Sternen, um dann die erste Synchrobeschwörung auf dem Feld zu bringen. Welche... Es könnte natürlich auch die 3 und 5. Wir holen uns aber erstmal den Gerümpelkrieger. Weil die andere Karte würde ich noch erstmal gerne behalten. Gerümpelkrieger. Was war der Effekt denn nochmal? Was war der Effekt? Sie erhält Angriff in Höhe der Summe aller Stufe 2 oder Niedriger, die ich derzeit kontrolliere. Okay. Wir drehen den in Angriffsmodus. Greifen dann... ...erstmal den an. Okay. Ich hatte nur Angst, dass da was anderes liegt. Deswegen habe ich mit ihnen angriffen. Ich dachte wieder, diese Zeitbaum liegt da. Langsam muss ich nochmal wieder was trinken. Halt so ein bisschen trocken von den ganzen Reden. Aber es könnte sein, dass es relativ schnell hier vonstatten geht. Wir können jetzt nochmal den Gerümpelsynchronisierer aufs Feld legen. Früher hat er einen Synchronempfänger. Das brauchen wir noch nicht. Dann schwören wir wieder das gleiche Synchro-Monster. Zack, zack. Ja, wir holen uns zwei Sterne-Monster. Und beschwören dann den Gerümpelkrieger, wie wir es eben auch gemacht haben. Genau. Zack, zack. Klar hätten wir jetzt auch den, äh... Ich weiß nicht, ob wir diesen Drachen beschwören können. Aber so haben wir nochmal drei stärkere Monster an sich aufs Feld bekommen. Wir greifen dann das Monster in Verteidigungsposition an. Ja, guck mal. Das ist doch nichts, was sie da aufs Feld bringt. Zweimal direkter Angriff. Und nächste Runde ist das Ding auch schon geritzt. Also, ich glaube nicht, dass da noch viel entgegenzusetzen ist von Akiza, Isinski, außer dir jetzt schwarzes Loch oder Spiegelkraft oder was weiß ich. Aber Spiegelkraft, wenn ich jetzt Spiegelkraft spielen würde, würde dann dieses Monster, was in dieser Zone liegen würde, auch zerstört? Oder nur die, die in der Monsterkartenzone liegen? Das ist interessant zu wissen. So, eigentlich können wir direkt in die Battle-Phase changen. Greifen dann Ikiza an. Und greifen dann mit den Geschütztzaumkrieger an. Und mit dem Gerümpelkrieger. Und dann war's das auch für heute mit dieser Folge Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Lasst wie immer gerne ein Like da. Es würde mich sehr freuen. Es hilft mir sehr, sehr weiter. Auch die Leute, die noch nicht abonniert haben. Es sind 50% von denen, die meine Videos sehen. Auch wenn es nur 30 Zuschauer sind. Das ist schon eine Herdemenge. Wäre super, wenn ihr einfach nur den Abonnieren-Button drücken könntet. Das würde mich mega weiterbringen und mega freuen. Wenn ihr weitere Folgen sehen wollt, verpasst ihr da natürlich auch nichts. Aber ich würde sagen, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal bei der nächsten Folge von Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution. Bis dahin und tschö tschö.